Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Valhalla. Und wir haben in der letzten Folge ein paar Schätze hier gesammelt. Wir wollten jetzt in Richtung dahin. Und es gibt eine weitere Änderung, mit der ich mich eventuell erst zurechtfinden muss. Und zwar spiele ich jetzt mit dem Controller. Das heißt, ich werde erstmal noch viel falsch machen. Ich muss erstmal damit klarkommen, aber ich mag meistens solche Spiele, ähm... Mit Tastatur zu spielen, mit Gamepads zu spielen, weil es einfach dann irgendein besseres Spielgefühl hat, irgendwie. Ich werde es mal ausprobieren für die Folge. So kann ich den Rahmen auf jeden Fall holen. Ah. Ah, cool. Ich wollte dich nicht schlagen, danke, aber da. Wo wollte ich hin? Da hinten hin. Okay. Okay, dann, let's go. Survey the area soon. Okay. Ich hab's weggekriegt, ich Depp. Ich wollte da hin. So, okay. Also spontan macht es einen einfachen Eindruck mit dem Gamepad. Find ich das auf jeden Fall super. Ich laufe ich erstmal zu dem Punkt und dann gucken wir weiter. Ich muss natürlich aber eben an irgendwelchen Büschen halten, dass ich mal irgendwas essen kann. Weil mit dem Leben komme ich nicht weit. Spoiler. Wie komme ich denn da hin? Falsch abgebogen, ich Depp. Wie komme ich denn da hin? Da ist auf jeden Fall ein Dorf, sagen wir es mal so. Äh, wie kann ich Markierungen setzen, da? Da? Und halt in der fetten Stadt natürlich ein paar. Okay, gut zu wissen, dann gehe ich erstmal da hin. Sieht ja auch immer schön aus, dieses Licht, dieses spezielle da. Nordlöchner. Nordlöchner. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Oh, hi. Aua. Ich denke mir so, oh, scheiße. Das war ausweichen, ach man, schade. Ich wollte gerade ausweichen, ich drücke die falsche Taste, das wird mir erst mal passieren. Da unten war noch irgendwas, ich weiß auch gerade nicht wo. Ja, diesmal habe ich auch voll leben, dann werde ich auch nicht direkt sterben. Oh, shit. Easy. Ich bin der geborene Jäger. Siehste, no damage. Easy. Habe ich nicht noch so einen speziellen Blick gehabt? Oh, was? Hab ihn. Chill fährt. Ich weiß nicht mehr, wie kann ich ein Gesicht machen? Show me. Ich habe doch irgendwo so einen speziellen Blick gehabt. Nein, nein. Äh. Nein? Nein? Auch nicht. Was sehen Sie, Sunan? Ich muss mal auf den Controller steuern gucken, sorry. Andere. Hä? Oh. Optionen. Nein? Das ist ja auch nicht. Achso. Aber vielleicht müssen wir in den nächsten Mal schauen. Okay. primäre aktion alternativer schuss rabenschub wird reifen brauche ich nicht ok da muss ich immer mit der maus dran wenn ich diesen modus aktivieren will ok gut zu wissen dann gehe ich eben noch die beiden punkte absammeln die götter gibt mir alter was ist das denn hallo wer bist du denn ja All gathered here, and now I lack the strength to throw it off this cliff. You carried everything up here, only to throw it all down. The horse did most of it. It is the only way I can send my belongings into the next world. My children will not bury it with me. They say they do not want it, but I know they will sell it all once my light burns out. Will you lend me your strength? Throw everything over the cliff. The farther you throw, the better their chance of reaching the next world. Is that how it works? Why is everything packed in straw? I did not want anything to break. Last CD. That contains a ball given to me by Hafton the Black. After I put an arrow on the King Sigtuid's left arm. That sounds like quite the shot. That contains a drink, which I received from King Hafton for capturing his bride, Ranghild. Alles klar, der Typ. Ab dafür. Und tschüss. Hab ich alles? Hab ich alles? Hab ich alles? Gut. You missed a few things. The gods will get the idea. Thank you for your help. You did not have to do this. Kind and courageous people live the best lives. But it can be a difficult path to keep. I have tried to live well. It is enough that the gods know that. Even if the name Haragand is forgotten in Midgarden. So, what will you do now that this task is done? Done? That was to announce my arrival. Now I leave this world. Enjoy your life. Two Asgard! Alles klar, Kollege. Thor's hammer. That was a shock. Ich würde mal sagen, der hat es nicht überlebt. Und dann, ja, was machst du denn jetzt? Ich verlasse jetzt diese Welt. Astrala passt der Junge. Tschüss. Springt da so wie ein Irrer einfach runter. Das ist ein geilster Typ. Was machst du? Ich schmeiße mich von der Klippe runter. Business as usual, Alter. Business as usual. Guck mal was. Das ist ein bisschen länger, die Folge. Das ist ein bisschen länger, die Folge. Die Goldenen Sachen möchte ich eigentlich größtenteils mitnehmen, die Großen. Geh, meine Augen. Seid ihr Freund oder Feind? Zunen? Zunen? Zunen. 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 Feind. Gut. Kann ich da hoch? Wer sind die Snakes? Ich sagte, du siehst nichts. Ich sagte doch, du siehst nichts. Warum die immer wieder sprechen müssen, wenn ich was sage. Du willst gerade so. Hey, warte, warte. Hör auf den Trollen. Ähm. Ähm. Du willst gerade. Ich wollte gerade sagen, der will einfach nur ge... Gedingst werden. Äh. Abgestochen. Ich wusste nur nicht, wie es geht. Schön, wie die aber einfach gar keinen Fick drauf geben. Ich brauche einen Schlüssel. Wie darf ich denn als das RB... Was ist das? Das ist das. Genau das wollte ich eigentlich machen. Was ist das? Du bist mein Freund. Hey, was? Ich werde dich enden. Kein Seidr kann dich jetzt schützen. Da ist es auch besser Kopf ab, als Kopf dran. Geh jetzt! Ah ja. Der Elf ist was anderes. Gent, du musst auf der anderen Seite kommen. Kletter dich einfach oben rauf. Ist mir doch illegal. Runter da. Hab sie. Ich muss da aber nochmal hoch, weil ich hoffe, dass ich da Pfeile kriege. Gibt es hier Pfeile? Ja? Gut. Gibt es hier Pfeile? Ja? Ja. 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 Na ja. Ja. sind wir auch auf dem richtigen weg Schwierigkeitsrat du hast mir einen schwierigen herausfordernd schwache gegner polnisch stärke 280 Ups ich wollte es nicht essen Kapitel 4 Geburtsrecht begib dich nach Alrex Statir Das ist sogar empfohlen Stärke 17 Fertigkeiten Upsi habe ich ein paar Da ich eh nicht schleiche brauche ich eher das Was bist du Schleichen brauche ich nicht Das brauche ich Alter ich kann von hier oben das kaputt machen Geil Und ich bekomme perfekt hier unten an also das war doch perfekt bedacht Ich brauche mich nicht hier hin zu gehen aber hi Erstmal lesen Aufruf zum Raub So schließt euch meine Mannschaft an Wir plündern und Brandschassenhaut Kästern der See Muss ich da hin Wenn ja Gehe ich da nicht mit Das war die Vorlingskind Was ist das? Was ist das? Was macht die Drums der Krieg? Schau' an dich A battle-hardened vikinger Haha Just what we need Oh And what do you need This battle-hardened Warrior for? One day We will be the Greatest warriors Beneath our banner Skulls will write Songs Off the wolf pack But we must First Practice Our raiding Going on a raid Then we shall raid Three wolves And I will be the fourth To your lead Wolf pack Onwards Wolf pack They ran Four warriors Ach komm Halt Schnauze Was sollen wir jetzt hier machen? Geiler Raubzug Oh ich hab Flammenfall Und ich hab ein Holzbein MVP Oh Junge Halt die Klappe Was hat der hier? Nix Gut Ähm Da ist was Da ist die Tour Oh 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 Was willst du? Hast du gesoffen? Einen Tag werde ich wie ihm sein. Dr. Styropion! Dr. Vapen-Clan! Kyotves jungen Raiders. Ich seh euch Wolves auf einem anderen Kampfjahr einen Tag. Hallo! Wer bist du? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die ein bisschen zu stark für mich sind. Hey, was ist passiert? Mein Pferd ist passiert, Junge. Mein Pferd ist passiert. Darf ich den überreiten? Scheiße. Hi! Scheiße, ja! Klotzarmor. Eirek Stratir. Hi! Das hat mich noch keiner angegriffen. Super. Was bist du denn? Keine Ahnung, was mein Pferd da macht. Will ich auch gerade nicht wissen. Was bist du denn? Schlüssel aufheben? Obgeschmiedeter Schlüssel. Hauptmenü, ich speicher das erstmal. Oder auch nicht. Ich guck mal eben. Ich mach auf jeden Fall die Hauptquests nochmal. Ja, das passt. Wie komm ich da runter? Lesen. Schmutziger, angenagter Zettel. Die Schweine sind ins Haus eingebrochen. Jetzt ist der Kellerschlüssel weg. Du bist damit dran, dich durch die Scheiß zu wählen. Aha. Hab ich schon. Wo ist der Keller? Ja. Frage für nen Freund. Ja, ferdi. Danke. Lass mich. Ich hab den ja gefunden. Also von daher bin ich ja... Hab ich ja nicht geklaut. Finderlohn. Allerdings, wie komm ich da rein? Warum ist die eine Wache da hinten rot? Warum nicht der Stroh? Fragen über Fragen. Hey, jetzt mal ganz ehrlich. Wo... Wie komm ich da runter? Kann ich hier rein? Nein. Irgendwie muss ich doch da... runterkommen. Bin ich schlau einfach. MVP. Hallo. Niemand da, der mich töten will? Gut. Todeszeichen. Was hast du denn da? Todeszeichen. Ist ne Fernkampffähigkeit. Alte RT gedrückt. Um entdeckte... Gegner zu markieren. Lass los, um einen tödlichen Fileser zu entdecken. Äh, zur Abschie. Opa. Dankeschön. Ich werd's eh nicht benutzen. Ich werd's eh nicht benutzen. Ich werd's eh nicht benutzen. Alles. 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 Hier ist viel zu viel. Hallo? Hallo. Äh, kleiner Einsatz. Ah, wir trinken! Wir trinken! Ich mach das, äh... ...I will feed your teeth... ...wrapped in your tongue, Bakhraut! Ha! Droolmonger! Huh? Soin! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! Got somethin' on your boots. Soin! Oh, no! Soin! Oh! Oh, no! Das war das, was du sagst! Ich habe einen euren Stomach und eine kraftvolle Nahrung! Ich kenne mich hier mit trinken aus. Jetzt komplett besoffen, erstmal da reingehen. Macht mal so. Du hast nur einen in deinem Herzen gewonnen, Eibord. Doch mit dem Blick auf deinem Gesicht, hast du deine Wille verloren, um zu leben. Gorim ist hier mit den letzten seiner Männern. Warum hat dieser Troll gewöhnt, seinen Gesicht zu zeigen? Lass ihn für einen anderen Tag. Wir sind hier unter Haralds Truppen. Und Gorn ist zu weak zu versuchen, etwas bald zu versuchen. Er ist ein Seedstain auf seinen Vater's Träußers. Ich sollte ihn aus dem Wett. Not tonight, Eivor. Leave it. Basim, watch over this one, und sie dass sie warms herself mit drinken. Pass auf, dass sie genug trinkt. Hm. Hm. He will heal, but never fully recover. It is fortunate that you were able to succeed where he failed. My resolve was strong. When you slew Kyotwe, did you see a sigil on him? Silver? The size of my palm, bearing the symbol of an ash tree? Take it. Trade it for what you can. I know where Gorm is camped. If you wish to see him without anyone the wiser, there is a trick I can teach you. Already looking for another princess. All right? I'll bite. What do I do? All right, I bite. Use your cloak to obscure your face. Blend into the crowd. Divert attention. Hide in plain sight. A gift of knowledge from a man I hardly know. Is this your way of asking me to join your brotherhood? Not at all. Not at all. So long as men and women fight to secure honor and freedom, religions hardly matters to me. I suppose there is no shame in using deception when honor is at stake. And Gorm is a stain on that honor. Then let's see what can be done to cleanse that stain. Give it a try. Walking unseen through hostile territory is an exercise in subtlety. Heilige... Ach du heilige Scheiße. Mach kaum'n Schaden, wenn ich die abstechen will. A hood makes you forgettable. Dismissed at a distance. Remind far from watchful eyes and you will be invisible. Ja, äh... Sorry. Danke. For these and other sudden movements can break your disguise. And in case I wasn't clear, you will need to put up your hood, for the trick to work. Was will he pass this? I will have to go. Okay... Wait, warte... Wait... I... I... I.... I... I... What the... Is that... What the... Is that... Bенные... ... Up to... My friend... I... We're... Wo... Was warst du, was du denkst, trinkt Mead auf einem wunderschönen Körper? Du musst etwas essen bevor du so viel trinkst. Wie geht das? Ich bin drin. Eivor! Du arker Scheiße! Geh auf deine Wege und folg mir über diese Wände. Lass Odin's Wunsch landen, wo es möglich ist. Du darfst nicht hier den König Frieden brechen. Also f*** dich und deinem Gott. Was sagst du daran? Du kannst mich betrachten, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Harald's truce. Du bist all subject to King Harald's truce. Break his peace and you will be cast out of Alrikstad. I will give you no trouble. You are shed into this world without honor, Gorm. And you will leave as a turd dumped into hell's deepest ditch. Keep growing, Eivor. Du machst nur ein einfacher Target. Wie geht das? Das Alting wird angefangen. Ich sollte sich einen Schiff finden. Das Ding. Was eben? Sorry. Hat nicht gut geklappt. Man hätte ihn doch einfach abstechen können. Na gut. Waffenruhe. Na gut. Das Alting beginnt. Ich hab keine Ahnung, was du willst von mir, aber... Wohin soll ich denn? Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Vor allen Dingen, wie hoch wird das noch gehen, vom Level her, wenn der Junge, wenn ich eine empfohlene Stärke von 280 habe und wenn ich ihn einen Schleichantriff machen würde gegen normale Leute, die sich im Ansatz juckt. Das ist so eine Sache. Die juckt es einfach nicht. Die habe ich ein Viertel eben weggemacht. Normalerweise ist das wohl nicht. Hi. Okay. 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 Tell me Gorm still lives, Eivor. It pains me to say. He does. Thank you. His day will come. Oh, gods. I hate long speeches Only when you're not giving them Many of you knew my father, Halfdan the Black A great man who achieved great things They buried Halfdan's leg near our temple The crops have never grown taller They buried his arse near ours And we get nothing but a muddy river I dream of something greater A vast kingdom of warriors In numbers the world has never seen United under one king, one rule Too much blood has been spilled fighting one another Today we unify And turn our blades outward to conquer new lands And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of ten And I led the greatest army Norway has ever seen But they say a wise king seeks honest counsel So I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald But I will not be your subject Tomorrow we sail for greener shores And so my kingdom is yours This saddens me, noble Yor And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord We do not limp together We fly I am sad to lose a woman of your spirit, Yuvina But I hold no grudge May the Fates grant you good luck My king I offer you my axe And my oath Ironclad Gorm Kjotveson You dare show your face in this hall Did not King Styrbjorn and his son Sigurd Rid our lands of your foulness? The Ravenclan dishonored me, great king They poisoned my father, Kjotveson They made a mockery of his honorable death Sparkraut, you lie Hold, Eivor Let it play out This is a serious charge, Gorm And a false one at that My uncle saw your father die Eivor a wolf kissed You are Kjotves Slayer This man has slandered your clan What shall I do with him? Och du Scheiße You are King of these lands, Harald The decision must be yours A modest and honorable answer Kjotveson, I name you Worm And call you exiled Leave these lands by the next full moon Or I will feed you to the crows myself MVP King Harald May I speak The floor is yours, King Steybjorn My people have held our land Since the days when Odin himself walked among us My kingdom is humble But we have paid for it in blood Our victory over Kjotves is proof That we will not lay down without a fight All here have buried friends Brothers and sisters Sons and daughters And I, for one Have had my fill of death Let those who seek war Look beyond our shores If King Harald brings peace Then I am happy to bend my knee to him What? What in hell's name are you doing, father? Securing a lasting peace, Sigurd Our days of fighting are finished You said nothing of this to me Not a word And I will not yield a title that should be mine by right Then war will continue Men will die Villages will burn, you foolish boy This is our only way towards true peace You will die a thrall You'll drink, adult cow Alone and toothless in a bed of straw Forgive my son He is ruled by his emotions I take no offense, Stabion Jarl And I thank you for your fealty It is natural to fear chains To resist it But all things change and all things end The lessons of Ragnarok are clear We will speak again soon Also, von dem was er so redet That was an ambush lord Did you know of Stabions plans? For some days, yes I did But it was not at my urging It was his decision alone Do you dream of a glorious future, Eivor? A warrior like you would be a boon to my clan Oh god All I know of fate Is that its pattern is unknowable I do not worry beyond that fact I wish I understood you better For those I do not understand I do not trust And I cannot stomach a lack of trust You have nothing to fear for me, King Harald My loyalty lies with my brother, Sigurd And I bear you no ill will Then know that if you stay in Norway Both you and your brother must serve under me Take tomorrow to think on this But let us leave these matters for another time Tonight we will eat and drink like gods And wake in a kingdom made new Also so klingt der Junge Ziemlich Gut was er sagt, aber Der hat irgendeinen Plan dahinter Das kann ich mir schon denken Also irgendwas muss er da auf jeden Fall gemacht haben Aber gut Und level up Und damit auch der beste Zeitpunkt Äh wo sind wir denn Um sich aber einmal zu verabschieden Ich guck mal trotzdem einmal auf die Karte Äh warum sind wir hier unten Hey Ich hab nicht mal Ich kann nicht mal hier LP Ziel freigeschaltet Blaschet Gut Ich bedanke mich haben für's Zusehen Ich hoffe wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dann Und dann Bist estiver In der future Ich trat mir senses Und dann ich